Die Obduktion in der Hamburger Rechtsmedizin hat letzte Zweifel ausgeräumt. Bei dem toten Kind, das ein Landwirt beim Heuwenden entdeckt hat, handelt es sich um den sechsjährigen Arian. Die Todesursache wird mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht veröffentlicht. Nur so viel, es gab kein Fremdverschulden. Aber es bleiben Fragen. Die drängendste, warum haben die Suchtrupps Arian nicht gefunden? Fakt ist, dieser Bereich wurde abgesucht auch mehrfach, mit welchen technischen Einsatzmitteln oder ob diese überhaupt dort zum Einsatz gekommen sind oder andere Einsatzmittel. Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei will jetzt rekonstruieren, warum die Leiche bei den Suchmaßnahmen nicht entdeckt wurde und ob es zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung gab.